im Bett Spitz wo ist die Betriebskürzung hier als du seins das war ein Tausend hier schießt es so sollen wir anbarn was braucht dort dies vor allem erlaubt man sich auf Zombies leuchtet wenn die auch nicht sauer ich glaube schon an der Weise genau in den Kopf geschossen ich bin doch nicht der Smoker dachte ich aber du warst auch so dunkel das war rassistisch weißt du das ja ich hab dunkel gesagt nicht schwarz du hast nur rassistisch gedacht ich entschuldige mich dafür falls jemand das falsch verstanden haben sollte und so wo ist Boomer ich hab Pupa verstanden ey nicht kaputt schießen das passt schon so ich hab den glaube ich jetzt alter ich brauch meine MG wo ich das damals hier mit nem Kollegen gezockt hab da sind hier immer ganz viele Witches gewesen also Bitches Hilfe Waffen Waffen das Bad hier scheint mir doch sicher zu sein ach das Bad hier scheint mir doch sicher zu sein wieso boxen die einen immer ja das Bad kommt hier sicher wir laufen alle geduckt in den Krankenwagen hinein äh warum das Bad hier ist viel sicherer wir müssen aber weiter ich hab hallo hey sorry ich wollte die Tür aufmachen drauf weil wäre ja klar ja eigentlich das sicherste auf der ganzen Welt mit MG´s ok ein Tank würde sich den einfach schnappen so wir müssen ja hier in die Kirche ne wow ok doch nicht kommen wir später wieder ich glaube wir sterne gerade wir töten aber gerade die Zombies da aus den Greibern die kommen ja nicht aus dem Gräber man weiß es nicht aber die Greiber sehen nicht so aus als wären sie irgendwie auf also äh war hier nicht bei einem MG aufgewiesen irgendwie machen sie sich für einen Kampf bereit ja vor den auf den Schubkampf au alles klar Sniper schnappen und dahin wir können dich auch zwingen die Tür zu öffnen hä das ist doch voll anders so ok also wir müssen zuerst diese Scheiße hier verteilen dingdong ich wollte dir voll den Arsch aufreißen das war kein Hunter das war ein Hunter das war ein Hunter das war ein Hunter ich werde vergewaltigt ich werde vergewaltigt ja das sieht immer so aus der Typ ist ernsthaft daran jo wir haben eine Haustür ihr müsst nicht durch die Fenster kommen ich glaub das macht aber mehr Spaß als Überlebender würde ich schon beim ersten klingeln wissen was los ist und die Uhr muss 50 mal klingeln jetzt reicht's aber Hilfe ist Morka ja 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 scheiße also ich kann grad gar keine helfen ich muss selber sogar helfen ja mach die Scheiße du okay ja da war's Morka drin auch gut ja nein ich häng auf der Leiter fest das muss ich da jetzt festhalten die ganze Stunde wir müssen hier jetzt äh ersticken Martin wird auch husten nicht schlecht da kommt Finale ne ach nein jetzt kommt die Schausen 18 hu du bist du nur noch ne 1 vorstehen 11 88 0 haha 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 Schleichwerbung haha haha naja ne haha haha also wir brauchten erstmal ne 88 jährige Oma deine Fußballmannschaft und null Ahnung ich habe es sowieso nicht ja genau das sieht mal nett aus also meine Oma die ist äh gar nicht so alle sind so oben und ich kamel hier unten und was ist denn das wisst ihr eigentlich wo man hier bei Left 4 erzielen kann damit würden wir auch gleich genau genau das ist der dämlichste Knopf der Welt was ist wenn man kein Mausrad hat dann darfst du erzählen dann darfst du keine Sniper nehmen gut jetzt ich will jetzt nicht sagen dass ich kein Mausrad habe aber aber trotzdem ne aber ich habe keinen Mausrad haha ne ich hab's bei mir auf Shift gebeinet sehe ich grad ja eben weil es so doof war Tank oh toll ich geh gleich wieder hoch dann bin ich runtergegangen lass mich hoch lass mich hoch lass mich hoch lass mich hoch ja und ich hab die falsche Waffe was macht denn der Dödel da versuchen drüber zu klettern ah jetzt häng ich da fest bam 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 stört ja schieb mich mal zu dem Kid ach du Kacke hallo du kannst keine Leiter hoch du bist viel zu fett dafür die will wieder runter krachen ja irgendwo wo ist denn der Fettsack ist der tot dahinter der da irgendwo dahinten tot wieso benutzt man nicht die Tür dafür hat man noch eine macht doch gar keinen Spaß hallo hallo der Smokers hinter dem Bus da oh jetzt kommen ganz schön da ist noch ein Hunter na toll jetzt hab ich ihn nicht erwischt Hilfe Hunter oh Zombies hey das hätten wir grad sehen müssen das war meine geile Aktion ich baller so eine Frau ab ne die läuft noch so weiter und dann gegen die Band mit dem Kopf und dann fängt sie um h h h h h h hey ich bin Zombie ballert mich nur weiter ab da war grad ein Zombie dreht mich rum da war gerade tot und ich schieb auf dich h h h h h h h stellen und dann geht ab dann treffen sie nicht und die anderen sterben zum Beispiel auf einen Hydranten wie der Bester raus Wecker Jöööööööö Bitch Mist Das wusste ich jetzt auch schon Da ist sie. Da ist sie Brake. Ja ich schieß über sie. schlagt sie sie schlägt mich da ich jetzt geht auch noch eine hand auf dich ich habe so gut nicht darum gebettet geschlagen zu werden ja gut hier ist nicht viel da ist irgendwo ein boomer toll mich hat er voll gekotzt die sau ich geh mal wieder rein kill sie ruhig sie was ich lustig an zombies finden boomer kotz anregend ja diese reine nicht dran auf ja dann soll ich diese spielerfiguren hier zurückkotzen lernen merkel als verstanden ich habe vielleicht für tanks ja unsere kotze anregen die haben gerade ja tot prügeln tot prügeln stirbt munition sparen briefkasten das steht an der laterne gut machen wir eine fliege boah sagst du bist das ich bin kein zombie verdammt nochmal warum denn nicht ich gebe euch deckung ich denke weil du bist hunter ich denke weil du bist hunter scheiße so viel zum thema deckung geben ich habe mir so ein haben wir jetzt die kostenlose vergessen computer schlag zurück ich habe sogar noch denn das war gegen meine wahl Vorsicht ein zweiter Ja, man sollte Licht auch mal wieder anmachen. Das ist Zombie, schlag den! Noch ein Zombie, noch mal schlagen. Richtig geil, auf dieser Scheiß hier kann man gut ballern. Der lebt noch. Leid nicht mehr. Ah, Zombie! Ist das nicht normal, weil ich schon... Es ist nicht auf der Ecke. Alles klar. Äh, Schmerzmittel hab' ich noch. War das grad'n Tank? Keine Ahnung. Äh, nicht deren Ernst. Wenn die von vorne kommen, dann müsst' ich nur von hinten Deckung geben. Oh oh. Dann lauf' ich über mit. Ich würde auch nicht lang laufen. Wieso nicht? Die kommen jetzt alle von da. So'n Pech, scheiße. Ja, mir egal. Ja, mir egal. Double-Pistol-Action. Oh. Weil ich hier Deckung, damit die hier in Ruhe hinlaufen könnt, ne? Ja toll, jetzt kommen die alle von hier. Okay, von meiner Seite kommen die alle Hilfe. Nee, die kommen jetzt alle von hier. Stirb, stirb, stirb. Du lockst die alle hierher und boxst die immer wieder runter. Ah! Ah, ah, ah! Hilf mir! Oh mein Gott! Wo kommen die alle her? Von da hinten. Aber was wollen wir schlussverkaufen? Einer muss doch hier bleiben, das kommen die noch von hinten. Ja. Ich war grad alleine da und die kamen alle von hinten. Deswegen bin ich auch gelaufen. Na, hallo! Also, hier bin ich ja untergesprungen. Achso. Wir müssen doch sowieso hier runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Massaker! Wow, sie kommen von den Bussen. Oh mein Gott, Reißbus! Ganzer Reißbus voller Zombies. Das wäre schlecht. Da passen auch sich Leute ein. Ja, auch Zombies dürfen meinen Urlaub. Zumal ich befürchte, dass die Zombies übereinander liegen. Einmal bräuchten Spikes an den Schuhen, dann könnten wir sogar treten. Zombie-Org. Ich stelle mir das ganz schön ekeler vor, muss ich sagen. Ich würde mir das gar nicht vorstellen. Boah, Zombies, bleeeh! Ach, du, kack, jetzt. Oh, ne, ich hab kaum noch Leben und da kommt noch ein Tank. Oh, fuck! Ich rede nicht. Da kommt ein Tank, was passiert? Ich war von BAM! Von hinten kriege ich einen, ey. Alles klar, wir müssen jetzt besiegen. Also, Daumen hoch. Wieso steigt da auf den Bus? Das ist mir. Junge, bist du hier? Wow! Oh, du spinnst, Junge! Stirb, 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 stirb. Ich hab vielleicht keine Muni mehr. Ich hab kein Leben mehr. Scheiße. Ey, ich wette, der Zombie hat, äh, der Zombie hat, äh, der Zombie hat, äh, Dings. Ne, der Tank war mein Zombie. Ah, Spocka! Hilfe! Mann, hast du alles vor! Ich will hier weg! Der Tank war mein Zombie und hat, was war das? Na, alter Mann, alles klar. Der Tank war mein normaler Zombie, oh, hi, Witch, tschüss. Und hat ane, anabolika mit Blut verwechselt. Vorsicht, da sitzt ne Witch in der Ecke. Hehehehe. Wust die, wust die. Äh, da ist sie. Ich hab nur ne Pistole, ich esse weiter mein Kartoffelsalat. Dann hau mal rein. Lauf! Lauf! Schlagen! Da! Ey, knallt mich ab! Ja, wenn die so wild hin und her rennt. Tanzen! Tanzen, Schwarzmann, Tanzen! Hey! Da, Tanzen! Oh, Boomer! Ich lade grad nach. Hallo! Hat er dich vollgekotzt? Nö. Aber er ist tot. Ey, hier ist ein Schlafsack. Hey, weiß nicht, wo sie. Tanz, weiß nicht, wo sie. Mir wär's lieber, wenn jetzt hier irgendwo mal Munition käme. Davon hab ich nämlich ziemlich wenig. Fuck, ich hab keine Muni mehr, da ist ein Safe Room. Safe Room. Schatz, komm! Los, mal raus! Ach, Alter, Muni! Was? Oh, da kommen welche. Nachladen, nachladen. Da! Das hier, äh, dann haben wir... Oh, wir müssen uns mal eilen. Wartet noch mit dem Tür zu machen. Erstmal heilen. Wie sie stöhnt. Hey! Ich bin auch noch heil. Ein Glück, wenn ich über 80 getötet hätte, dann wär mir Left 4 Dead ja sauer. Dieser Arsch, du ficken Bullen. Schnee im Sommer. Schnee im Sommer. Die wollen mein Zauberring. Das geilste ist immer noch, wo er mit seinen, äh, Dings da ankommt. Das ist schon mal meine 4.000-Bot-Bass-Maschinen gehört. Ja, das geilste ist immer noch der Nackenclasche so. Ja, ich hasse Orientierung. Ah, da war ne Tür. Raus! Waah! Tür! Jetzt nicht. Tschüss, bis dahin. Tod prügeln. Ah, prügelein mit dem Zombie. Also die. Äh, glaub schon, ne? Woa! 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 Zauberkeitsfanatiker! Woa! Woa! Krügeln! Au! Komm her, du Scheiß-Rombie! So! Ah, schlagen! Toll schlagen! Woa! Hilfe! Woa! Woa! Hör, Jungs! Ja, ich auer. Können wir danach noch mal kurz so Pause machen? Ja, kein Problem, können wir machen. Lauf! 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 Da ist ne Witz, hallo! Darf ich dir anleuchten? Mach doch, wenn du mit dir spielen möchtest. Hey! Tschüss! Wolltest du sie nicht anleuchten? Au! Du hast sie angeballert. Ich glaubst. Ich wollte sie anleuchten. Das Leuchten hat nicht gereicht. Das Leuchten hat nicht gereicht. Das Leuchten hat nicht gereicht. Da musste ich sie angeballert. Das Leuchten hat nicht gereicht. Riverside Park. Picknick, Grounds and Swimming Area. Mach ja zwei, da gibt's auch Riverside. Ja, Riverside. Ey, ich werd mal da hoch. Genau, pack mich mal da hoch. Ey, ich werd, dass man hier hoch kann. Okay, ich schmeiß hier mal ne Pipe-Bomb hin. Hau mal kurz jetzt zurück, geh nicht. Du bist tot. Oh, da liegt ihr bei dem Boden. Weg damit! Fetti. Wow, der war hinter mir. Lauf! 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 Lass mich doch mit rein! Wenn ich den Park an vorher kauft bin. Wieso sind die Scheiß-Zombie so schnell? Wir haben's drauf. Wir haben's drauf. Hau! Alles Marathonläufer. Hilfswahrscheinlich, ja. Rrrrrr. Ich bin jetzt ein Tanker. Ich bin ein Sieger von 1900 bis 2010. Ich ballade alles nieder. Yeah. Okay. Man sollte die nicht anfassen. Die Minigang. Bonne. Okay, ich ne mal den Punkt anrufen. Hallo. Ich hab noch aufnehmen müssen. So zwei von uns schubsen. Nein, so müssen sie die ganze Zeit hin und her so tisch. 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 Okay, du bist der wegkommt. Okay, sind unterwegs. Ich war mal auf diesem Haus hier. Ohne nicht, ich war mal auf dem anderen Haus. Ich nicht! Wer geht an die Minigang? Ich nicht! Wieso, Armin? Wir baggen uns natürlich jetzt alle. Gehst du mal weg? Hier hoch. Okay, doch nicht, tschüss. Tanz. Weiße Tosti, Tanz. 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 piss ich nicht scheiß hier nicht offen. Störf. Ich mache sie einfach mal mit Kanaten um mich. Alles klar, die macht die Tür kaputt. Anstatt sie einfach aufzumachen. Na, wo ist er denn? Panther u Nu. Sie bellt, Watch this. nackt zu me en. die Tür kostet mehr alter verdammt scheiß Leben Herr der Bum ist nicht durchs Wetter gekommen, er sei grad richtig geiler ja ich kann mir auch vorstellen warum sich so mit seinem Arm da durch und dann schwappelt da sich das Ding ganz komplett so durch richtig geil Läuft er direkt hier oben ey, what the fuck wo bleibt denn die Hilfe, ich sehe noch keinen Punkt naja da kommen mindestens zwei Tanks jetzt und danach kommt erst die Hilfe ja normalerweise schon weiß einer wo man nie liegt, ich hab keine mehr hier unten, unten da kommt ein Tank Tank ey, der hat sich grad ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht ich auch nicht oh, der Entnisse wow, plötzlich fliegt ein Stein auf mich zu komm, lauf durch ah, Smoker, Hilfe oh, Stein Hilfe unten, Smoker, Aua, tot und verderben danke hey, ich hab nen Tank gefunden will wir spielen verstecken ich komm dir mal mit dir echt spielen und er macht dich du bist klatsch du bist genau wir jagen denn jetzt die ganze Zeit im Kreis ja, er hat sie gefangen, aber sie ist leider kaputt gegangen ja, er hat sie gefangen, aber sie ist leider kaputt gegangen schnapp sterben okay, alles da wir werfen die Hilfe, ich seh grad nix äh, Smoker hier, Hilfe der ist lustig angekotzt werden und dann weggezogen du siehst erstmal nicht, wo du hingezogen wirst oh scheiße oh fuck, oh fuck oh fuck oh fuck oh, ah, aua du wirst wohl aufs Maul du scheiß Hunter ne Merk dir mein Name wow, stir lasst mich rein Merk dir mein Name Hunter Merk dir mein Name ich weiß nicht scheiße I watching you hey, der Zombie ist gestört, der hat mich hier zwischen der Treppe geboxt Smoker Also ich halte immer nach dem Boot ausschauen und ihr... Hilfe, ich bin runtergerutscht. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Jemand ist da. Ihhh, voller Boomer-Kotze. Ja, ich würd sagen, wir gehen da schnell zu links. Wasch nicht mal!